Der Deutschkurs hat Ferien. Sie möchten mit den anderen Teilnehmern trotzdem weiter Deutsch lernen. Schreiben Sie ihnen eine E-Mail. Schreiben Sie etwas zu den folgenden Punkten. Grund für ihr Schreiben. Wann und wo lernen. Was wiederholen. Warum das wichtig ist. Schreiben Sie 30 bis 40 Wörter. Schreiben Sie zu allen vier Punkten. Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß. Beispiel Liebe Freunde. Ich würde gern vorschlagen, dass wir uns in den Sommerferien zum gemeinsamen Lernen für die Deutschprüfung treffen, weil die meisten unserer Testergebnisse unter 60% lagen. Wir haben vielleicht ein Problem damit, das nächste Modul zu schaffen. Daher sollten wir Modul 7 vielleicht wiederholen. Treffen wir uns jeden Samstag, von 15 bis 17 Uhr, in der Bibliothek. Bitte denkt darüber nach. Ich freue mich auf eure Antwort. Liebe Grüße, Ella Wagner. Liebe Freunde. Ich würde gern vorschlagen, dass wir uns in den Sommerferien zum gemeinsamen Lernen für die Deutschprüfung treffen, weil die meisten unserer Testergebnisse unter 60% lagen. Wir haben vielleicht ein Problem damit, das nächste Modul zu schaffen. Daher sollten wir Modul 7 vielleicht wiederholen. Treffen wir uns jeden Samstag, von 15 bis 17 Uhr, in der Bibliothek. Bitte denkt darüber nach. Ich freue mich auf eure Antwort. Liebe Grüße, Ella Wagner.